Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Deadpool Wir sammeln erstmal wieder ein paar Punkte hier Das sind noch mehr, ja, Punkte Ähm, und müssen jetzt Ähm Doch da unten rein, hä? Achso, okay Äh, äh, ähm Alles klar, yo, guck dir Äh Äh Äh, ja Cable kann alles bauen, wenn wir ihm nur die Parten haben Er kann sexrobots bauen? Mh Nette Idee Ähm Oh no Wo kommt jeder näher? Walsche Waffe Okay Wo kommen die denn auf einmal her? So ohne, ohne, ohne Vorwarnung oder so? Waren die auf einmal da, ey? Ist ja uncool Was für gemeine Menschen Mensch, 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 Mensch Okay, hier kommt jetzt definitiv wieder mehr Okay Dann würde ich sagen Erstmal hier lang Okay Äh Äh, Energiezelle aufheben Let's find a thing to put this thing in Näh Okay Kann man da oben nicht auch noch irgendwie hoch? Na, später vielleicht Ach, Mann So, irgendwelche Punkte, irgendwelche Punkte, irgendwelche Punkte, irgendwelche Punkte, keine Punkte Okay Okay So, was muss ich denn jetzt machen? Ich denke Das Ja Irgendwo Gegner? Da ist ein Gegner Da oben ist einer Blöde Kuh Wow Mann, dass man Leertaste drücken, äh gedrückt halten muss, um sich überhaupt irgendwo hochzuziehen Ist ein bisschen doof Da geht's der Ende Wo kommt ihr denn alle auf einmal her? Äh Okay Huh So Und Ja gut, hier wieder einsetzen Und jetzt Kann ich jetzt aber so machen? Dann Dann Nicht hier rauf Da auch nicht hin Aber ich muss da oben hin, ne? Moment Äh Äh, achso So Dann von hier aus jetzt auf den anderen Arm rauf Ja Nice Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber es hat gut funktioniert Da kommen Gegner Gleich Hier unten kommen sie doch gleich Warte Nja 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 Wir sind Deadpool, man. Wir sind immer awesome. Irgendwo... Punkte? Nein, nirgends Punkte. Okay. Cable! Dacko! Da ist er! Nachdem ich den Dacko geholt hab. Okay, gut. Nächsten Teil suchen. Nächsten Teil? Hä? Nächstes Teil. Wollen wir euch grad zwischendurch mal FPS-Einbrüche? Alter, das ist ja mal übel. Dumm. Oh ne. Welchen muss ich zuerst besiegen? Ja, wo ist denn der? Okay, ich kann sie doch alle besiegen, aber sie haben halt ein Schutzschild. Das heißt, sie sind noch stärker. Okay. Hä? Warum seid ihr denn so stark? Das ist eine coole Momentum-Attacke. Oh, Gott! Endlich! Endlich! So. Ähm. Ähm. Muss ich echt hier lang? Oh. Lol. Ah, okay, ich kann doch runter, okay. Oh, gut. Ah, das sah eben so aus, als wäre das hier einfach der Tod. I'm so excited. I just can hide it. Den. Ach, Mann! Wäre ich, dass sie den leisen Weg wählen sollen, den Typen zu töten? Aber irgendwie wollte ich nicht. Okay, der Typ da oben nervt. Danke. Kann ich mal? Danke. Da sind Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Boote, Boote, Boote. Muss ich hier... Eben hab ich doch hier grad irgendwie... Hä? Irgendeine Interaktion hatte ich gerade. Aber okay, dann halt nicht. Da sind hier überhaupt noch Gegner irgendwo, ne? Schaut nicht so aus, nee. Aber Punkte. Überall Punkte. Oh, yeah. Oh, lol. Easy. Shotgun Munition. Schöne Sache. Punkte. Und hier brauche ich diese... Ich erinnere natürlich erst den Weg, der richtig ist. Oder der mich zum Ziel bringt, sag ich mal. Na, toll. Bin ich da oben irgendwie... Ich glaub, da komm ich später hin. So, da komm ich nicht hoch, okay. Da will ich hoch. Ich will da hoch. Ich glaub, da komm ich gleich hin, nachdem ich die Sentinel... oder die Energiezelle eingesetzt hab. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Oh, yeah. Hä, wie? Als ob da eine unsichtbare Wand war. Was? Oh, Mann. Okay. Ich hoffe, ich komm da später noch hin. Wenn nicht, dann bin ich echt sauer. Ähm. Achso. Ne. Oder? Doch, klar. Muss ich nicht hoch? Ja. Und jetzt... Noch eine. Ne. Hä? Klar, nochmal schießen. Macht irgendwie Sinn, ne? Wissen. Ja. Mhm. ...Bathroom zero. Ok. Nyeow. Ah, got a gut. Warum haben die denn jetzt ein Schild? Nervige Kack Gegner Easy Ich muss niesen Oh, doch nicht, oder? Oh Gott, oh Gott Oh, das ist ein ekliges Gefühl Das ist so ein ekliges Gefühl Man denkt sich so, oder? Man hat das Gefühl, man muss niesen, aber Irgendwie nieset man nicht Oh, Gott, oh Gott, ey Okay, ist nichts Rein gar nichts Da sind Gegner Muss ich da oben lang? Oh Mann, meine Punkte Redet eigentlich mit uns Oder mit irgendwelchen Gegnern I don't knuff So Ei Granat- Oh Granate! Juhu! Ähm... Yes! Hallo! Nee, hier waren noch Punkte. Ich gerne habe, genau. Super! Und jetzt? So! Nee, sag mir nicht, ich muss jetzt echt den Weg nochmal gehen. Oh! Dann halt, ja, dann gehe ich halt den Weg nochmal, man! Zack! 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 Nee, muss ich nicht! Hä? Nee, hier komme ich jetzt runter! Nein! Ach, hier muss ich lang! Okay, gut! Und wir kommen auf die Brücke, wir kriegen die Punkte! Alles gut, okay! Okay, sehr schön! Ich kriege meine Punkte! Wir haben 452.000 Punkte! What? Wow! Wow! Bomb! Bomb! Hehehehe! Und jetzt! Hä? Ach so! Ich kann jetzt so hoch! Okay, gut! Danke! Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Aber okay! Alles klar! Ja! Also kein Shotgun-Munition mehr! Nein! Nein! Okay! Hallo! Ach komm! Hm! Shotgun-Munition! Ja! Auch nie! Oh lol! Ah! Ah! Das war einfacher als erwartet! Mano! So gleich, gleich... Äh, upgraden wir erstmal ein bisschen was! Wir haben so viele Punkte, Alter! So viele Punkte! So viele Punkte! Äh, äh! Ja! Oof! Oof! So- Wow! Oh! So- Mike- ja 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 Ich warte mal ein bisschen. Okay, X, R. Achso. Oh. Oh, nicht so wieder. Oh. Nope. Uh-uh. Nope. Oh, shit. Oh. Oh. Hey, I think I'm getting the hang of this. Yeah, no. I don't think so. Oh, nicht du. Nicht du, zweimal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. You show him budget. Ha, watch this! Hey, there's Rogue flying just like us. Flying right at us. Dead Bull, schau mal raus! Being upside down is fun! Dead Bull, quit fooling around. I can't hold on like this. Wait, you're rogue. You can fly. Fly away. Fly away, little rogue. Sinister is here. I can feel him nullifying my powers. I can't hold on much longer. I can't hold on. I can't hold on. I can't hold on. Wow, rockets are really... Going down! Dead Bull, come slip in! Hold tight, Roger. I'm killing these bastards as fast as I can. Fancy wall dudes again. Those guys are tricky. Gotcha. Wait till Sinister gets his hands on you. Isn't that blockbuster? Shit. That's not good. That's not good. It's not good. It's not good. It's not good. Ow. I gotta get my head out straight. Nice ass. That's our ass. We'll need to find our arm to twist the head back off. Damn it. Even the controls are backwards. Pretty confusing. Come on, player. Figure it out. Is that Mr. Shiro? Is that Mr. Shiro? Is that Mr. Shiro? No, I don't do it. Hey! Well, the mud has good taste. Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Don't make me shoot you, boo-boo. Come on. Don't you have balls to lick? Come, come lick my balls. Oh, du Hund bist so ein Arsch! Okay, now, don't go anywhere. There we go. Ow! Ah! Much better. Good boy. Who's your good doggy? Awww. That's right. Sit. Ha! Now to find the X-Bade. Who? You know. Broke. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen kaufen, Alter. Hol' ich mir alle Waffen? Ja. Ah, es kostet alles so viel. Ah, ich glaub' das mach' ich komplett als letztes. Ich upgrade meine Waffen. So. Hier mehr Kugeln, ne? 65. Äh... Shotgun. Schrotflinte. Sorry. Mehr DBS ist gut. Oh man, jetzt haben wir noch so wenig Punkte. Ist das denn ernst? Äh... Äh, 50% mehr Schaden. Mehr... 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 Neh... Nee... ... ... okay das ist nett wo muss ich hin hier weiter oh lol wo kommst du denn her das war auch nett muss ich hier lang glaube ich ja ja das ist ne coole Waffe lol ähm der Hammer ist auch cool muss ich sagen ja aber eigentlich oh lol ich merke gerade eigentlich könnte ich den Part beenden ne ich glaube das machen wir auch an dieser Stelle hier Leute wir beenden hier den Part ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns bei das nächste Mal wieder out da rein na